Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gaming und wir spielen jetzt das letzte Vorbereitungsturnier-Testspiel sozusagen in Seattle gegen die Galaktischen. Das bin ich jetzt mal gespannt. Und diesmal sind wir jetzt sozusagen nur Auswechselspieler. Schade, aber macht nix Leute. Das ist halt so passiert, aber ich denke Leute, wir werden jetzt gut weiterspielen Leute. Das ist jetzt wichtig. Und dann hoffe ich, dass man ein gutes Spiel hier gegen Real Madrid und unseren dritten Sieg holt. Das wäre unser Traum, den dritten Sieg zu holen. Das wäre schön, den dritten Sieg und dritten Spiel Leute. So, schauen wir mal, was es weitergeht, Allah. Das ist echt schön. Schöne Stadion hat Amerika, finde ich, oder Leute? Ah, nein, der hat sich verletzt. Wahrscheinlich hat er sich verletzt, wie er aussieht. Oh nein, Knie, oh. Hoffentlich nix Schlimmes, Leute, weil das ist nicht für das Team. Ah, sieben, ein Tor müssen wir machen und das Spiel gewinnen. Okay, gut. Das heißt, wir müssen Tor schießen, gewinnen. Okay, das heißt, okay, dann schauen wir mal, was abgeht, Leute. Bin ich mal gespannt, wie das Spiel jetzt weitergeht. So. Madrid will Druck machen, Madrid will Druck machen, Madrid will Druck machen. Ja, erstmal raus, den Ball, das ist wichtig. Der Ball muss erstmal raus. Ah, ein bisschen zu schwacher. Ah, die Flanke war ein bisschen zu fest, glaube ich, Leute. Ah, Mann, schade, die Flanke war ein bisschen. So, jetzt müssen wir wieder aufgucken. Sieben Null müssen wir haben, das Ding gewinnen und am besten noch ein Tor schießen. Ah, Mann, warum kein Tor? Ah, Mann, das wäre gut gewesen. Dieses Tor wäre schön gewesen, Leute. Dann hätten wir wahrscheinlich die sieben gepackt dann schon. Also, wenn wir mal die sieben, das Tor gemacht, wenn wir das Tor gemacht hätten, hätten wir hier eine schöne Chance gehabt. Ah, Mann, das läuft heute echt nicht gut, heute noch. So, Mann. War, glaube ich, ein Torvorlage für uns, glaube ich. Müsst, glaube ich, ein Torvorlage, als Torvorlage zählen. Ich hoffe mal, dass es als Torvorlage zählt, Leute. Wir haben aber mitge... Ah, das war schönes, Tor, Leute. Mario Balotelli? Spielt er jetzt bei Liverpool oder Spielball? Okay, das wusste ich jetzt echt nicht. Das wusste ich echt nicht, dass Balotelli jetzt bei Liverpool spielt. Okay, das wusste ich nicht, dass wir mal was. Oh, Mann, Balotelli... Alter, wenn der mitspielt, oh Mann. Alter, lauft es heute? Gutes Spiel, Alter. Was geht denn heute ab, Leute? Wir spielen so... Wir sind irgendwie... Wir tun hier Unruhestifte in der Abwehr und unsere Mitspieler machen die Tore. Okay, wir wollen... Jetzt müssen wir Ache noch ein Tor schießen, das wäre das Beste, Leute. Wenn wir jetzt noch ein Tor schießen können, dürften... ... ... ... ... ... ... ... Das war's. 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 view. Ah, die Flanke war gut. Aber wir zeigen, dass wir ins Team gehören, Leute. Wir zeigen, dass wir ins Team gehören. So Leute, wir hier jubeln die Fans von Liverpool. Und jetzt werden die... Alter, das Lied ist so gut, Leute. Alter, was ist denn mit Liverpool heute los? Alter Schwede, meine... Mit Liverpool alles wird der Traum der Träume, oder? Oh, die Jürgen Klopp hier doch abfeuert. 4 zu 1 gewinnen wir gegen Madrid, Leute. Und das Spiel ist noch nicht zu Ende. Alter Schwede. Aber jetzt ist beendet. Alter, was ist denn das für ein schönes Spiel gewesen? Alter, FC Liverpool gewinnt 4-1 gegen Madrid. Gegen die Galaktischen. Und Bale war nicht dabei in dem Superspiel, Leute. Alter Schwede. Und jetzt ist das für ein schönes Spiel. Und jetzt ist das für ein schönes Spiel. 1-2 gegen Paris gewonnen. 5-0 gegen Dortmund. 4-1 gegen Madrid. Alter Schwede. Das Spielbereitensturnier war mega. Und jetzt, wie bei meinem Fußball, deine Spieler zu Ende ist, du wirst mich beeindruckt, dass du nicht mit einer Leitung kamst. Ja, okay, wir wollen immer gewinnen, es ist eine große Zeit lang. Wir sind ein großes Team, und wir haben noch viel Zeit. Und jetzt ist noch viel. Sagt du, die Anleitung hat einen großen Impact auf dem Spiel? Ja, ganz viel. Aber Alexander hat die Möglichkeit, zu entkommen. Und hat eine gute Partie gemacht. Wow, ein Superstar. sagt unser Name. Wow. Nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. Oh, wir haben ein bisschen mehr Transferwerte gehabt. Ah, oh, alle 18.000. Das sind halt heftig, wenn wir noch Sponsoren brauchen, bis wir Sponsoren kriegen, Leute. Das dauert noch, bis wir die Sponsoren kriegen. So, Leute, und jetzt machen wir mal weiter. Mal gucken, was jetzt noch so passiert. Hä, wie zum Wort? Alter, ich hab saugut gespielt, Leute. Aber ich sag, wir machen weiter. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich weiß, Mann. Ich kann es noch nicht glauben. Oh, wir haben alles gut. Wir haben da, nicht wir, Mann? Ich weiß, Mann. Ich weiß, Mann. Ich weiß, Mann. von freundlichen Freundlichen. Sie haben nicht sogar weder zu spielen. Die Premier League, Mann. Das ist, was es geht. Eine der schwersten Leibs in der Welt, bruv. Ich erzähle dir, was mir machte. One day, wir spielen in Puddles in Clapham. Next, wir kämpfen gegen Los Blancos in front of tens of thousands of Yanks. Better get used to it, bruv. Wir sind in der großen Zeit, da. Mit unserem Hauptmann-Mann-Up-Front-Hattel. Wer weiß, wenn. Me und du. Wir wollen die Premier-Defensers in den Cleanern. Setz sie auf. Ich werde sie wegziehen. Du und ich waren unverletzt, bruv. Almost wie Telepathic. Ja. New Rooney und Reinaldo, bruv. Shearer und Sutton. S.A.S. Du bist ein Nerd. Deine Überlegung ist. Aber deine Matze ist nicht so viel. Du bist so gut. Du bist so gut. Bei meinen Kalkulationen ist nur eine unserer ersten Wahl als Strikers aktuell verletzt. Und zwei in einen gehen nicht. Obviamente wir beginnen sollten. Ja man. Wenn wir verlieren wollen. Was. Das war was. Alter Schweden. Stimmt. Das hat er recht. Leute. Das Problem ist. Es gibt nur einen Startplatz. Und zwei Spieler kämpfen um den Platz. Das ist das Problem. Was wir jetzt haben. Aber wir werden schon sehen. So Leute. Jetzt denke ich werde mal loslegen. Weitermachen noch ein bisschen. Jetzt tun wir heute ein bisschen Schießen trainieren. Bin ich mal gespannt wie das Schießen so weiter geht. Wir sind kurz immer noch beim Auswechselspiel. Aber wir kämpfen uns langsam nach oben. Wir wollen in die Startelf Leute. Und das ist unser Ziel. Guck Leute. Wir sind kurz vor der Startelf Leute. Das heißt. Wir müssen uns richtig ran halten. Bei den Kurzdistanzen ohne Lupfer. So. Jetzt hoffe ich. Dass wir mal ein gutes Spiel hinkriegen. Bin ich mal richtig gespannt auf Wasser. Vorsicht. Das ist unfair. Schade ist mal. Ah. Wieder nicht geklappt. Ah Mist. Ah. Fast 10.000 Punkte. schieße kriegt man langsam gut kurz jetzt machen wir noch die schöne lupfer du müssen aber glaube ich ein bisschen warte bis der tormann bis hin zu hinten vorne und dann lüpfen ein gemütlich doch doch halt dann ist echt gut ach so ist besser glaube ich dazu gemacht dazu glaubt es müssen wir noch mal machen leutern leute müssen wir noch mal machen weil es das schlafen müssen wir bedeuten besser noch schlechter um die lüpfer klappt nicht immer gut meine was für ein schlecht versuche ich noch mal leute ich will dort richtig gut abschneiden nein war wieder das problem meine und das wird jetzt auch nichts alter was war denn das für ein schlechter schuss ja b kann man sagen das ist in ordnung leute das kann man so lassen die die sache leute das passt so hä was der ger der walker ist in der startelf sieht so aus dass er im startteam ist und oha das wäre heftig und da drin wären wir nicht das stimmt hey see my ball warum d'you bring your granddad's old ball to trying it look have you seen it it was in my back no yeah yeah very funny give her back this Wir stehen in dein Team Leute, wir sind im Team, das ist so gut, so gut, das ist so Unschönes Ziel Leute, wir sind im Team, wow, es war jetzt extrem gut im Team zu sein, vielleicht kriegt man noch ein paar Attituden Aufstieg, es wäre halt cool, ah knapp, oh man knapp Leute, viel hätten mir gefehlt Leute, wow, jetzt gucken wir mal, ob ein neues Auto, mal gucken, wer die Chance kriegt, ihn zu übernehmen, aber Leute, ich denke, wir machen beim nächsten Mal weiter, ich sag mal, tschüss, bis dann, euer Peter Gaming, bis dann. Ich sag mal, tschüss, bis dann, euer Peter Gaming, bis dann, euer Peter Gaming, bis dann. Ich sag mal, tschüss, bis dann, euer Peter Gaming, bis dann, euer Peter Gaming, bis dann, euer Peter Gaming, bis dann. ...